Hallo und herzlich willkommen. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass ich dieses Mikrofon hier verlosen werde. Das hatte mir der Hersteller zugeschickt und deswegen verlose ich das. Ich habe aber in dem Testbericht meine eigene Meinung vertreten. Es gibt auch keine Bedingungen oder sowas. Wie gesagt, das einzige, was ich bekommen habe, ist das Mikrofon kostenlos zugeschickt. Das verlose ich jetzt und zwar teile ich das euch hier mit, denn ich verlose es auf Instagram. Dort werde ich einen Beitrag posten. Giveaway wird er heißen. Also Video liken, am besten auch den Kanal abonnieren, Instagram Beitrag liken, Instagram abonnieren, wie auch immer. Dort eben den Kommentar unter den Giveaway Post schreiben. Da könnt ihr einfach schreiben, was ihr wollt. Da gibt es nichts Spezielles, was ihr schreiben müsst und dann nehmt ihr hier an diesem Giveaway teil. So nehmt ihr auf jeden Fall daran teil. Das wollte ich euch hier mitteilen, denn viele kennen meinen Instagram Account noch nicht. Da poste ich jetzt auch nicht besonders viel, aber ab und an mal was. Wen es übrigens interessiert, hier diese zwei Lampen, das sind zwei LED-Strahler, die hat der eine oder andere vielleicht schon mal im Video im Hintergrund gesehen. Die teste ich gerade an dem Test, arbeite ich. Der kommt dann auch die Tage. Das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Glück bei der Teilnahme. Ich bin raus und wir sehen uns dann bald im nächsten Video.